Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Prototype. Wie angekündigt mache ich jetzt schon mal den ersten Part. Das 3.2.19 und ja. Fangen wir gleich mal an. Easy, normal, hart, hart ist weg. Weil, keine Ahnung, ich bin normal. Hier ist ein kleines, nein, ich hab ein bisschen Zock schon. Ein bisschen sehr viel. Und ja, hier falle ich. Ist okay. Oh, leider, gut schon. Leider ist das ganze Spiel auf Englisch und wenn ich mich in Englisch ist. Okay, ich werde inzwischen nicht alles benutzen. Was, das wäre. Wie geht's die da? Wie geht's das deutsche%, wie geht's die Ne politics? Wie geht's das Lachen? Für mich zur Liebe, ich hab mir gerade命運. wie ich wollte. Wie geht's das? 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 Lecker. Spass. Es ist ein bisschen leise, als ich jetzt schon, äh, warte schon im Mikro. Ich habe Angst, dass man sich skeptiert, dass es nicht so weit weg ist. Es wäre ein bisschen dumm, dass es nicht so weit weg ist. Okay, er ist skeptiert. Die A-Synchron. Okay. Kupfer. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020